Musik Ich habe neulich einen interessanten Begriff gehört. Das ist kein besonders seltener Begriff oder irgendwas Exotisches, den hat jeder schon hundertmal gehört. Wahrscheinlich auch schon selber benutzt, und zwar das Wort Generationengerechtigkeit. Da ging es in dem Fall um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von ungefähr einem Jahr. Das ist bekannt geworden als das Klimaurteil. Und laut Ansicht von vielen Beobachtern und Kommentatoren ging es dabei eben um Generationengerechtigkeit. Mehr oder weniger hat das Bundesverfassungsgericht darin festgeschrieben, dass die Klimagesetzgebung oder Gesetze, wie immer man das nennt, der Bundesregierung oder der Bundesrepublik momentan verfassungswidrig sind, weil sie die Freiheiten künftiger Generationen ab 2030 im Vergleich zu den Generationen, die jetzt leben, unmäßig beschneidet oder nicht berücksichtigt. Manche Kommentatoren haben dann gemeint, das ist eine Art Revolution. Ich habe hier ein Zitat, das jemand geschrieben hat, dann folgenblinder Freiheitsgebrauch heute reduziert die Freiheiten von morgen. Folgenblind ist ein ziemlich krasses Wort, weil es ungefähr so recht genau beschreibt, was der Mensch an sich ist oder was überhaupt jedes Lebewesen an sich ist, nämlich folgenblind. Das Konstrukt von einer Zukunft ist ja für den Menschen sehr spezifisch, aber an sich muss man sich wohl damit abfinden, dass es diese Zukunft nicht gibt und dass alles, was man an Verhalten an dem Tag legt, generell folgenblind ist. Aber zunächst klingt es ja recht vernünftig und irgendwie auch plausibel. Also wenn wir heute beschließen, dass wir die Welt anzünden und alles niederbrennen und wir tun es dann auch noch folgenblind, dann reduziert es die Freiheiten späterer Generationen, die dann auf einer verbrannten Erde stehen und nicht mehr wissen, was sie da anfangen sollen. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann wird es allerdings komplizierter, weil dann kommt man auf den Gedanken, dass es irgendwie so eine Art Lebensbudget von Freiheit gibt. Ein Mensch wird geboren und hat dann irgendwie quasi so eine Art Streifenkarte von Freiheit, wo er immer mal wieder einen Streifen abstempeln kann. Wenn er einmal in Urlaub fliegt nach, was weiß ich, Südostasien und sich da in so einem Ressort amüsiert, dann ist damit ein gewisser Teil seiner Freiheit aufgebraucht. Und wenn er zu früh diese Freiheit aufbraucht, dann muss er praktisch den Rest seines Lebens ohne Freiheit auskommen. Das erinnert ein bisschen an das berühmte chinesische Modell, von dem jetzt immer die Rede ist, dass man so eine Art Bonuspunkte sammeln kann, dann auf der anderen Seite auch wieder. Also wenn man sich besonders vorbildlich verhält, dann kriegt man wieder ein Stück Freiheit, quasi einen neuen Streifen dazugerechnet auf die Karte. Das Problem damit ist aber jetzt auch, aber nicht in erster Linie dieses Lebensbudget, was meines Erachtens ein von Haus aus ziemlich krankes Modell ist, aber es ist noch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, worauf diese ganzen Gedankengänge beruhen. Die beruhen einerseits natürlich, das ist klar, weil man ja eine Zukunft an sich nicht kennt, auf Modellierungen. Das heißt, auf Computermodellen darüber, was das, was wir jetzt tun, wie wir unsere Freiheit folgenblind gebrauchen, was das für Auswirkungen auf später hat. Das sind Modellierungen. Und wir haben in den letzten Jahren ja ziemlich gut gelernt, was so Modellierungen wert sind. Da kann man sich im Endeffekt eher auf Voraussagen von Alois Irlmayr oder so verlassen. Der hat wenigstens ein paar Dinge richtig vorausgesagt. Während die Modellierungen, mit denen wir in den letzten zweieinhalb Jahren zu tun hatten, jetzt insbesondere in der sogenannten Gesundheitspolitik, die waren alle Bullshit. Also da hat überhaupt nichts davon gestimmt. Man hat eigentlich nur herausbekommen, dass ein Computer die Zukunft noch schlechter kennt als die menschliche Intuition. Aber das ist nur das eine Problem. Das andere ist, dass in solchen Vorstellungen die Menschheit quasi insgesamt als eine große Maschine gesehen wird, die etwas bewirkt. Und diese Wirkung bezieht sich auch nur auf einen einzigen Bereich, und das ist Kohlendioxid. Es wird ja seit Jahren behauptet, das einzige Problem, das es auf der Welt überhaupt gibt, oder zumindest das größte Problem, ist Kohlendioxid. Die Menschheit ist so eine Art große Maschine, die Kohlendioxid ausstößt. Und was sie ansonsten noch so tut, das ist relativ egal, aber dieses Kohlendioxid, das zerstört die Freiheit künftiger Generationen. Da ist ein Freiheitsbegriff drin enthalten, der grob gesagt ein bisschen primitiv ist, weil der letztlich daraus hinausläuft, wenn wir jetzt viel Auto fahren, dann können später Generationen weniger Auto fahren. Also ist die Freiheit im Grunde nur darauf bezogen, dass man Kohlendioxid ausstößt. Da nämlich gibt es halt jetzt Modellierungen, die sagen, wir dürfen bis zum Jahr, was weiß ich, 2055 oder 2100 noch eine gewisse Menge Kohlendioxid ausstoßen, ansonsten geht die Welt unter. Und dieses Budget von Kohlendioxid, das ausgestoßen werden kann, das muss halt jetzt zwischen den Generationen verteilt werden. Wenn die heutige Generation viel Auto fährt und viel in Urlaub fliegt und Plastikzeug einkauft und am Computer sitzt und Strom verbraucht, dann stößt sie Kohlendioxid aus, dass die spätere Generation, die jetzt meinetwegen 2030 geboren wird oder da halt dann Kohlendioxid ausstoßen möchte, dass die dann nicht mehr ausstoßen darf. Weil, so lautet der Gedanke dahinter, sonst muss so eine Art Notbremse gezogen werden und dann gibt es halt totale Einschränkungen. Dahinter erkennen wir ein gedankliches Muster, das wir jetzt in den letzten zwei Jahren ausgiebig kennengelernt haben, das ist dieser Mythos Lockdown. Das heißt, diese Gesamtmaschine Menschheit stößt also Kohlendioxid aus und jetzt ist vielleicht im Jahr 2028 oder 2032 ihr Budget, das sie ausstoßen darf, verbraucht. Und die Menschen, die dann noch leben, dürfen kein weiteres Kohlendioxid mehr ausstoßen. Da muss eine Notbremse gezogen werden und diese Notbremse heißt logischerweise immer Maßnahmen, die Freiheiten einschränken. Man stellt sich also praktisch die Menschheit, diese Maschine Menschheit so vor, dass man da Stellschrauben drehen und so an den Reglern herumspielen kann, wenn man jetzt feststellt, oh, das Klima verändert sich zu stark momentan, also es wird plötzlich ganz warm oder es gibt eine große Überschwemmung, dann muss an so einem Regler gedreht werden, dann müssen zum Beispiel die Menschen halt dann zu Hause eingesperrt werden oder dürfen nicht mehr Auto fahren, müssen den Computer ausschalten, dürfen kein Plastik mehr verbrauchen. Und zwar immer genau so viel, bis das Hochwasser wieder weg ist und bis es wieder ein bisschen kühler wird, dann kann man wieder mehr Freiheiten gebrauchen und wenn es dann wieder plötzlich, sagen wir mal, zu trocken wird, dann wird wieder reduziert, dann müssen die wieder eingesperrt werden und so weiter. Das Problem mit diesem Lockdown-Mythos, den wir seit zwei Jahren als religiöses Gesetz anerkennen, ist natürlich, dass inzwischen längst bewiesen ist, dass es überhaupt nichts bewirkt. Zumindest im gesundheitspolitischen Bereich hat es absolut nichts bewirkt. Es ist jetzt noch die Frage natürlich, was bewirkt es in Sachen Kohlendioxid? Das könnte man ausprobieren und mal schauen, bewirkt es irgendwas? Die ganze Menschheit einzusperren, geht dann der Kohlendioxid-Ausstoß wirklich zurück? Aber damit ist wieder das Problem, das ist ein Experiment mit dem Leben der Menschen. Das heißt, wir haben ja nicht nur ein Freiheitsbudget, das wir im Laufe des Lebens aufbrauchen können, sondern auch ein Zeitbudget. Wir sind halt zum Beispiel nur sieben oder sechs Jahre lang jugendlich und wenn wir während dieser Jugend komplett eingesperrt werden, weil wir gerade zu viel Kohlendioxid ausgestoßen haben, dann kann man diese Jugend den Leuten danach, wenn sich herausstellt, wir haben uns da verrechnet, die Modellierung war falsch, dann kann man diese Jugend den Leuten nicht zurückgeben. Und vor allem ist man natürlich sehr darauf angewiesen, dass diese Modellierungen tatsächlich irgendeine Relevanz, Signifikanz und Bedeutung haben. Man weiß ja, dass nicht nur in der Naturwissenschaft sich alle paar Jahre oder Jahrzehnte das gesamte Denken ändert und auch die Erkenntnisse. Also muss man eigentlich generell immer damit rechnen, was wir jetzt als ganz sicheres Wissen und als hundertprozentige Gewissheit akzeptieren, wird in fünf Jahren was ganz anderes sein. Und dann steht eine Generation da und sagt, wir haben unsere gesamte Jugend im Lockdown verbracht und jetzt stellt sich raus, das war überhaupt nicht nötig, sondern hat nur negative Wirkungen gehabt. Was machen wir dann? Dann könnte praktisch auch jemand hergehen und sagen, rechtsphilosophisch ist es so, dass man nicht nur ein Freiheitsbudget aufbrauchen kann, sondern auch ein Zwangsbudget. Das heißt, eine Generation zwingt ihre eigenen Generationsangehörigen und zugleich die Kinder, also die Generation von morgen, etwas zu tun, was sich im Nachhinein als falsch herausstellt, dann hat sie ihr Zwangsbudget eindeutig aufgebracht. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen zu verwegen gedacht. Ein Grundproblem bei der Sache sehe ich vielmehr darin, dass diese strikte Konzentration auf Kohlendioxid viel zu viele Dinge außer Acht lässt, die ja auch für den Freiheitsgebrauch, wenn man diesen irrwitzigen Begriff mal übernehmen will, nicht unwesentlich sind. Was ist jetzt zum Beispiel mit Krieg? Abgesehen davon, dass Krieg auch, oder ganz in erster Linie, ungeheure Mengen Kohlendioxid ausstößt, automatisch bei jeder Bombenexplosion, ist es ja auch so, dass die jetzige Generation zum Beispiel beschlossen hat, 100 Milliarden Euro für Waffen auszugeben, in den nächsten Jahren. Die nächste Generation, also es wird, die eine Generation muss ihren Freiheitsgebrauch einschränken, damit diese Waffen gebaut werden können und stationiert, eventuell nicht einmal abgefeuert und in die Luft gesprengt, aber zunächst mal einfach müssen die in die Welt gebracht werden und dafür muss man seine Freiheit einschränken. Und die nächste Generation hat davon aber eigentlich gar nichts, außer dass dann Waffen für 100 Milliarden Euro herumstehen, die sie irgendwie wieder loswerden muss. Es werden also die Freiheitsbudgets von mehreren Generationen eingeschränkt und man muss da vielleicht dann die Frage stellen, wofür eigentlich? Wer gewinnt dadurch eine größere Freiheit? Und es ist eigentlich nur die Rüstungsindustrie, der man dann wiederum eigentlich sagen müsste, so ihr habt jetzt euer Freiheitsbudget aufgebraucht, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass diese Waffen wieder aus der Welt verschwinden. Dafür kennen die allerdings leider nur einen Weg und das ist heute ein Krieg. Was ist dann als nächstes mit dem Geld? Wenn wir jetzt diese Schulden aufnehmen, die 100 Milliarden, um diese Waffen zu bauen, dann bleiben diese Schulden ja, das ist auch ein altes Thema, für die nächste Generation erhalten und die müssen die irgendwann zurückzahlen. Die haben dann nur die Waffen und können sagen, ja, vielleicht findet man irgendjemand, der uns diese Waffen second hand abnimmt, aber gesetzt den Fall, das ist ein Traum, aber vielleicht gibt es irgendwann Frieden auf der Welt, dann kann niemand mehr Waffen brauchen, dann sind die nichts mehr wert, dann kann man es auf Ebay versteigern für einen Euro und dann sind wieder zwei Generationen beschissen. Es sind aber auch ja noch andere Sachen. Es ist nicht nur, dass wir das Kohlendioxidbudget künftiger Generationen verbrauchen, sondern wir verbrauchen natürlich auch ihr Budget, wie zum Beispiel in Sachen Kunststoff, Plastik, Beton, Schmutz, den wir allgemein in die Welt kippen. Wir hinterlassen dann ungeheure Halden von kaputten Windrädern, Photovoltaikanlagen, Atomkraftwerken, Autoresten von irgendwelchen Elektroautos, die nicht mehr fahren. Wir hinterlassen eine Welt ohne Lithium, weil das alles in den Batterien drin steckt und nicht mehr zu gewinnen ist. Wir hinterlassen Trilliarden Megatonnen von Beton, die eines Tages nicht mehr gebraucht werden, weil die Städte, die wir jetzt, oder die Stadtteile, die wir jetzt bauen, damit Spekulanten Millionen verdienen, die werden dann, wenn die Menschheit irgendwann schrumpft, überhaupt nicht mehr gebraucht, dann stehen die ganzen Betongebirge da leer und die künftige Generation sieht sich in ihrem Freiheitsbudget beschränkt. Wir hinterlassen auf der anderen Seite auch Sanktionen. Das ist auch ein selten gesehenes Thema. Wir ruinieren jetzt zum Beispiel Russland absichtlich und die nächste Generation steht dann einem ruinierten Russland gegenüber und muss irgendwie mit dem Leben halt die Entwicklungshilfe dann hinschicken oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir ruinieren uns damit aber gleichzeitig auch selbst, müssen dann auch hoffen, dass bei uns wieder mal irgendeiner dann hergeht und sagt, oh, ihr habt ja da eine stillliegende Gaspipeline, vielleicht können wir euch noch ein bisschen Gas geben, irgend sowas. Wir beschneiden ständig mit allem, was wir tun, das Freiheitsbudget künftiger Generationen. Oder ganz banales Beispiel. Momentan werden drei Millionen Plastik-Staubschutzfiltermasken pro Minute weltweit weggeschmissen. Die landen in der Landschaft, im Meer, im Abfall, irgendwo. Die setzen dann ungeheure Mengen von Plastik-Nanopartikel, Fasern, Blei, Arsen, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Das setzen die frei. Also die künftige Generation steht dann da und lebt in einer Welt voller Resten von Masken. In jeder Liter Wasser, den die trinken, da sind dann zwei Teelöffel Plastik-Nanopartikel drin, die Krebs erzeugen oder sich in ihren Erbgut festsetzen. Es weiß kein Mensch alles so genau, weil das ist ja alles auch noch nicht bekannt. Muss ja dann erst erforscht werden. Wir hinterlassen Halden von beschissenen Videos, schlechten Büchern, unerträglicher Musik. Wir erlauben jetzt bestimmten Milliardären und bestimmten Lobby-Organisationen, dass sie Nahrungsmittel genetisch manipulieren und die nächste Generation, die dann ihr Freiheitsbudget nützen will, die stellt fest, auf dieser Welt wächst nichts mehr, was nicht genmanipuliert ist. Damit ist ihr Freiheitsbudget enorm eingeschränkt. Und ich habe gerade schon mal das Wort Milliardär erwähnt oder halt Organisationen. Da ist, glaube ich, der zentrale Denkfehler von dieser ganzen Geschichte mit der Generationengerechtigkeit. Weil es ist zwar auf der einen Seite sehr plausibel, dass man sagt, pro Generation dürfen zum Beispiel 50.000 Raketen ins Weltall geschossen werden, um da Satelliten zu installieren und irgendwie Profit damit zu machen. Das ist sehr plausibel. Jetzt hat unsere Generation ihre 50.000 Satelliten wahrscheinlich schon ins Weltall geschossen. Aber wer war das? Ich habe zum Beispiel nie einen einzigen Satelliten ins Weltall geschossen. Ich habe auch nie einen Panzer herstellen lassen oder eine Bombe geworfen oder ein E-Auto gefahren oder irgendwas davon. Und da liegt der Denkfehler. Es gibt überhaupt keine Generationen, sondern es gibt Klassen. Es gibt Menschen, die unfassbar reich sind, die von den Dingen profitieren, die wir tun, um Kohlendioxid auszustoßen und die also genau betrachtet ihr Freiheitsbudget so massiv überstrapazieren, wie wir anderen Menschen das in einer Million Jahren nicht könnten. Und hier liegt, glaube ich, das Hauptproblem. Und wenn wir darüber nachdenken, wie können wir es schaffen, dass wir diesen Menschen ihre Macht wegnehmen, ihr Freiheitsbudget radikal beschneiden, was erst einmal jetzt rigoros klingt, aber im Grunde drehen wir es ja nur zurück auf das Freiheitsbudget von einem normalen Menschen, der auf die Welt kommt und glücklich leben will. Wenn wir das schaffen, dann brauchen wir uns, glaube ich, über Generationengerechtigkeit eigentlich gar nicht mehr so sehr den Kopf zu zerbrechen. Es wäre dann eher so eine Art innergenerationale Gerechtigkeit. Vielleicht sollte man mal das Bundesverfassungsgericht auf sowas ansetzen. plus zumindest anteil des Vielen Dank.